Kowalski, Rico, Hi, One! Hey, habt ihr das gesehen? Das war doch ein Ei. Jedes Jahr verlieren wir ein paar Eier, so ist das eben in der Natur. Wisst ihr was? Ich lehne die Natur ab. Wer ist an meiner Seite? Winzig und hilflos stehen dort die Baby-Pinguine und sind erfüllt von Furcht. Sie wissen, wenn sie von dieser Klippe stürzen, ist das ihr sicherer Tod. Günther, gib ihnen einen kleinen Schubs. Hi, One! Seht nur, das Wunder der Geburt. Ein Moment außergewöhnlicher Schönheit. Hallo, seid ihr meine Familie? Du hast keine Familie und wir werden alle sterben. Was? Was ist los mit dir, Kowalski? Im November erfahren wir die wahre Geschichte, wie aus vier Brüdern die Pinguine aus Madagaskar wurden. Spuck die Wahrheit aus! Los! Das ist ein Baby-Tintenfisch. Tut mir leid, Kleiner. Skipper. Greift eure Kokosnüsse und schön fest drücken. Kowalski. Wir nähern uns unserem Ziel. Rico. Seht ihr, er arbeitet auf einem komplett anderen Level. Und Private. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Du bist dran, Private. Du super süße Nixe. Und erstmals. Wer bist du? Agent Geheimsache. Mein Name ist Geheim. Mein Name ist Geheimsache. Eva. Es gibt nur eine Möglichkeit, um das zu lösen. Indem wir uns küssen. Teamwork. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Corporal. Keine Kuscherei mehr. Corporal. Und kurze Lunte. Wir müssen Ihnen doch Handschellen anlegen. Aber Sie haben keine Hände, Sie haben Flossen und ich hab auch nur Flossen. Das ist frustrierend. Seid gegrüßt, Nordwind. Wie ich sehe, kennt ihr meine alten Zoopartner schon? Wir waren nie Partner. Von Pan war nie die Rede. Dreamworks, die Pinguine aus Madagaskar. Wir nehmen diese Schande mit ins Grab. Abgemacht. Hey!